Die Beine und Po-Übung, Ausfallschritt mit der langen Kante, auch hier meistens viel zu schnell, unkontrollierte Bewegungsausführung, kein sicherer Stand, ein zu enger Stand und das vordere Knie zu weit über die Fußspitze rausgeführt und den Oberkörper zu flach gelegt. Die korrekte Bewegungsausführung, Oberkörper schön gerade, hüftweiter Stand und darauf achten, dass das vordere Knie über die Fußspitze rausgeschoben wird und immer unter konzentrischer Belastung nach oben gleichmäßig ausatzt.